Servus Leute, MäusenLP hier mal wieder mit den anderen Vögeln und ja, wir zocken heute mal ein bisschen was ganz anderes und zwar zocken wir Mellon Bomber. Die einen oder anderen werden vielleicht erkennen, nach welchem Klassiker das entstand, aber ja, Risk ist wieder mit dabei. Bombkick als Perk. Der liebe Risk ist wieder mit dabei und der Lemurion, der freundliche Lemur von nebenan und mal wieder ein Gastspieler und zwar. Was ist denn Piercing jetzt? Was macht die Bombe? Ich habe keine Ahnung, da steht irgendwas, dass er durch Kippen geht, aber irgendwie ja nicht. Wir haben es wieder geschafft. Ich liege mal vorne, das ist unglaublich. Schön, draw. Okay, weiter geht's. Nächste Runde. Ja, ich bin ja durch hier. Oh, ich habe schon eine gute Idee. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Das sehe ich genauso. Oh, Mann, ey. Warum sind bei mir keine Items? Ja, zweite Bombe. Ich spreng hier alles durch die Gegend, das ist schon meine vierte oder so und es ist immer noch nix da. Ja, Power. Immer noch nix. Nein. Das war so ein Dumpf von dir. Hey, zu Glück hat es keiner gesehen, glaube ich. Nein, ich war außer Sichtweite. Ja, da ist etwas. Bombkick, immerhin. Na toll. Was ist denn das, Bombkick? Damit kannst du die Bomben halt durchgegenkicken. Achso, das warst du rechts. Nee, du läufst einfach dagegen. Ich habe mich schon wieder aufgebracht. Der Risk ist irgendwie... Ah, klar. Nee, der leckt durch den Stehen. Ah, scheiße. Ja, er gewinnt. Er gewinnt durch den Stehen. Der Harte. Alle Bomben sich selbst in die Luft. Ah, schön. Ja, Mann. Coole Runde. Jan, du hast deinen ersten Sieg errungen. Ich gratuliere. Übrigens, man muss nicht irgendwie sich verrenken und mit der Leertaste die Bombe legen. Das kannst du auch... Ich habe schon wieder Bombkick. Das kannst du auch mit dem Mauszeiger machen. Mit dem linken. Also mit dem rechten. Nee, mit dem linken. Links, rechts. Schade auch. Ui, die Ping geht runter. Ach, das war eine Bombe. Das war ja mal sauknapp. Oh, da liegt eine Melone. Oh, das war eine Bombe. Ja, ich dachte, das wäre dieses Power-Up. Irgendwie erinnert mich die Stimme. Und Flo hat dieses einsichtige Blut-Sex-Dinges gesehen. Was? Das war dem Champion. Du musst dir den mal angucken. Irgendeine Bombe weggekickt. Du hast nächstes mal eine Sprengedruckte. Nein! Ich wollte es gerade nach oben schieben. Wolltest. Gudrun ist gestorben. Ich meine, gebt euch mal, wie Gudrun guckt. Dieser Blick. Wer ist Gudrun? Gudrun, meine Spielfigur. Ich habe sie Gudrun getauft. Und die hat einfach einen Blick drauf. Warte mal, ich muss das mal kurz mit dem Handy abfotografieren und in die Gruppe schicken. Nein! Diesen typischen Blick. Fick mich! Nein! Dieser typische... Oh mein Gott, was mache ich hier, Blick? Oh, ich habe gewonnen. Zöne Wörter hier, das ist ja... Ja, einfach so ein geisteskranker Blick. Ey, warum bin ich jetzt eine andere Person? Jetzt bin ich Horst. Das Leben ist... Wer bin ich denn? Ich bin dieser Kumpelgrüger. Wenn ihr diese Tussi seid, guckt euch mal bitte das Spielerbild unten links an. Auf dein Ernst. Auf dein Ernst, Flo. Das war ein Asi. Nein! Du bist... Das ist ja... Perfekt ist der ja so. Das ist eine gute Frage. Ich habe so eine hohe Ding. Zwischendurch, Mann. Oha, Flo. Ich bin nicht... Ich bin nicht Hoster und habe einen Ping von sieben. Ja, nu. Das hört sich auch so. 20, wo lebt ihr denn? Ich? Ich wohne in einem Dorf mit 2000 Einwohnern. Ich bin schon 20er, Ficker. Aber ich habe mir mein eigenes Internet bestellt und hänge mit meinem Modem direkt mit einem einen Meter langen Kabel am Hausanschlusskasten. Und ich habe keinen Router dazwischen, sondern vom Modem gehe ich direkt in meinen Rechner rein. Na, der Fluss ist teuer, Alter. Alter! Wer ist denn der Rote da? Der legt's einfach bitte. Ja, aber das ist gepaunt. Alter, 340. Ja, dein Ping wird immer besser und meiner wird immer besser. 500! Ja, was macht denn mein Bruder im Internet? Der guckt sich bestimmt wieder Erwachsenenfilme an. Ich bin schon wieder Horst. Warum kriege ich jedes Mal Bombenkick? Ja, ich bin Horst. Nein! Oh, ich habe, glaube ich, ich weiß, jetzt weiß ich bestimmt, wie das geht mit dem Sägeblatt-Bomben. Wie denn? Ich habe, ähm, wenn du Bombenkick hast, kannst du bestimmt, bestimmt... Ja, die durch die Kisten durchdrehen. Richtig. Das probiere ich auch jetzt gleich mal aus. Oh, nein, es geht nicht. Wie viel Power hast du denn, du? Genug. Oh, da ist noch was. Das haben wir auch einen. Speed up. Wo ist der hingeflogen? Ich sehe ihn nicht mehr, aber einfach weg. Alter. Oh. Warte kurz, warte kurz. Ich habe mein Mikrofon fallen lassen. Okay, mein Mikrofon ist wieder da. Wie wäre es eigentlich mal, wenn ich auch mal direkt die Power-Up bekomme und nicht hier ewig lang suchen muss? Mein Gott, mein erstes Power-Up. Ich bin entzückt. Warum? Das macht mir gar nichts. Nein, wenn der Ping so hoch ist und alles nur am besten leckt. Okay, danke. Nein. Nein, nein. Yay. Das war cool. Der Rene gewinnt nie mal ein Camp. Ja. Natürlich kämpfe ich. Ich vergrieche dich. Ich vergrieche mich nicht. Ich vergrieche dich. Nein, ich vergrieche dich. Taktische Krieg. Taktische Kriegsführung. Achso. Nein. Nein, nein, nein. Was war das denn jetzt? Das ist echt assig gerade. Wir rennen jetzt in zweit durch die Gegend. Das ist echt assig gerade. Wer ist denn hier bei mir eigentlich? Wow. Wow. Flo, ich hasse dich für die Pest. Nein. Da, 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 da. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Nein. Jawoll. Erwischt. Keeper. Wow. Oh. Nein. Nein. Ui, ei, ei, ei. Oh. Ich hab Glück gehabt, dass die Bombe nicht so ne Reichweite hatte. Speed up. Ich hab immer noch... Alter, was mach ich? Speed up. Gleich bin ich sonnig. Ich bin ja schon blau, immerhin. Ich würd gern mal mehr als eine Melone werfen können. Ja, muss ich Melonen sammeln. Ja, bin ich gerade dabei. Wir sammeln jetzt erstmal Zeug ein und dann geben wir uns richtig mit Ultra-Bomben. Ah. Nein. Ich wollt gerade zünden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dum, 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 dum. Komm schon. Alter. Alter. Die sind nicht direkt Dingssicht. Was? Ah. Der René kämpft nie wirklich damit, dass er gewinnt. Das ist unfair. Nein, das ist taktliche Kriegsführung. Aber Glückwunsch, dass ich mich nicht gestackt hab. Das ist takt. Oh mein Gott, wie close wir spawnen. Das ist doch bescheuert. Warum seid ihr so groß? Warum bist du so groß? Warum bist du so groß? Warum seid ihr so groß? Was geht denn bei euch ab? Oh nee. Oh nee. Warum seid ihr so groß? Oh nee. Oh nee. Das ist nicht so groß. Nein. Was brauch ich jetzt nicht? Oh nee. Ja, Power. Oh oh. Oh. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh. Glückhaft. Oh. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ja. Ich hab's überlebt, verdammt. Cheater. Nein, nein, nein. Nein, 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 ich habe mich selbst gekillt, verdammt, 50 Cent ist gestorben, ne, ich kann springen, warte, juhu, eine Runde geht noch, komm schon, einer geht noch, Ey, ich habe nie meine Ruhe, du, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, ja, dann flüchte ich schnell nach dir, Mongo, Mongo, Junge, Also, wenn wir jetzt so weitermachen, kommen wir gar nicht voran. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Ich habe meine Fähigkeit zu sprechen verloren. Du kannst dich doch selbst zünden. Warum streichst du? Weil ich auf Zünden gedrückt habe, aber die zünden nacheinander, habe ich gerade gemerkt. Nee, das sehen wie du sie platzierst. Boah! Ah! Falsche Taste! Wow! Genau in dieser Eikisse liegt natürlich nichts. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, wie dreist. Was war das denn? Ah, ich weiß nicht wie viele Bomben ich legen konnte, aber es waren anscheinend eis äußerst viele. So, das war's dann auch für die erste Folge. Let's play Melonbomber. Und ich habe wieder die Ursula... Nee, wie hieß sie? Kudrun. Ich wünsche euch was, Leute. Macht's gut! So, los geht's! Hey! Dann wollen wir mal ein wenig, ähm... Sonja? ... ... Das geht jetzt nicht weiter. Das war einer. Die Richtigkeit. Ja, auf der Lapp sowieso. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.